so da kontrollpunkt erreicht so damals mir geht's gut okay ich hab's abgezogen als ich aufwachte schön ein paar bekannte gesichter zu sehen wir wollen das waffensystem deaktivieren bist du wirklich okay mir geht's gut ich brauche den schnellsten weg verstanden bischof gehen richtung maschinenraum wir halten sie auf dem laufenden du hast auf jeden fall stellen hier wo erst sehr spät man kontrollpunkt kommt also und das automatisch gespeichert wird das ist nicht ganz ohne okay hier ist sackgasse blätter bär kann man nicht unter schießt alles klar da jetzt sagen was hat jetzt okay hier auf alles klar machen wir das ich sehe drei schienz die truppen auf der solaco abladen ich habe hier was liegen sehen t minus licht an war doch immer das ich kann es nicht nehmen 660 da kommen wir nicht rein dann gehen wir oben lang da kommen wir sind wir seit mann jeder war fix die trittig hier war empfehlung da ist nix das ist nicht so geblendet man weiß nicht ob wir irgendwo was ist was man mitnehmen kann weil das fast genau guckt ja das war nur schicke monitor schicke grafik wie sie es gemacht haben recht geil wo das heißt nix die hat sehr wichtig war okay wir haben alles 100 auf 100 zentig wir sind im waggon auf dem weg zur brücke wie ist die lage im fachraum eins es wird noch sporadisch geschossen aber die situation ist stabil bischof sagt dass die reaktor ist sie bekommen und schaden nehmen könnte unsere leute ziehen auf euch da 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 Ich will raus. Sie schaffen die auch alleine, dann brauchen die Mini-Fuhr. Alter! Da muss ich gar nicht schießen wie... So, danke. Das brauchte ich jetzt. Die rennen wieder, ey. Wie, der hat jetzt nichts für mich. Das ist aber schlecht. Das ist aber sehr schlecht. Aufschauen schadet ja nicht. Oh, Leute! Jetzt schiebte sie vorher auf uns! Versuchen wohl die Geschütze zu deaktivieren. Vater, was ist da los? Die Geschütze sind zu ungenau! Wir schießen auf unsere eigenen Leute! Ja, das tun wir. Okay, ich muss vorgehen. Ich bin der Tapferell vom Erdbeerfeld. 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 Oh, gute Idee! Ich bin der Tapferell vom Erdbeerfeld. Wir machen sie kalt. Wir schützen uns Feuer. mann 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 wie sollen die alles hier so schieß geil ich wollte ein bisschen um ich hab nur noch 36 das ist aber dann ist aber schlecht ich hätte gern mal ein bisschen munition 30 schuss nur noch da geht echt viel munition drauf sind die hin hier 30 160 was machst du da was wartet ihr ach so ich soll das jetzt nochmal okay gut hängen sie meinen dran ich stehe doch alle kurz hier aus im moment ich bin jetzt gerade mit meinem handballen an die maus gekommen hier 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 die stürmen gleich immer sofort los lecker kopfschuss das war mal nicht schlecht so mit drei leuten ist das sehr nice jetzt fühle ich mich schon wieder wie rambo alter hier 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 Mist, Knarre weg. Kannst gar nicht rein. Alter. Wow, ich dachte, der gehört zu uns, ey. Scheiße, voll verpennt. Alter, wofür steht die denn, dass man alles alleine machen muss, oder was, ey? Ihr seht ja, ey, 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 Mann, ey, ey, sexy, ey, Alptraum, ey, yo. Kann mal zurück hier, da was liegen lassen. So, hier kommen wir her. Achso, okay, okay, okay. Ach, Mann, ey, ich war voll, ey, jetzt fühle ich mich schon wieder wie Lauch, ey. Was Sachen gibt's? Oh, vielleicht hab ich was vergessen. Okay, hier geht da lang, ich geh jetzt noch mal hier rumgucken. Da ist gerade, ist da reingegangen. Das hat ein Loch in der Wand, okay. Aha. Ich geh mal auf dem Mille, Jusdengung. Ich geh mal auf dem Mille, Jusdengung. da habe ich dir die rübe runtergezimmert da hat sich mit gerechnet ja ich bin ja teufels gerne hier war noch was ja wohl